Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo, Detailanalysen zu Pfizer, Block und Plug Power. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender. Nachdem gestern die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartung reingekommen sind, sehen wir heute sogar eine leicht positive Überraschung bei den Erzeugerpreisen. Auf Jahressicht 0,9% nur gestiegen und auf Monatssicht sogar unverändert. Es wird sehr, sehr spannend, wie sich heute Abend Jerome Paul äußern wird um 20.30 Uhr bei der Pressekonferenz. Natürlich nachdem wir um 20 Uhr erstmal die Zinsentscheidung bekommen und das FOMC-Statement und seid hier auch ganz klar darauf vorbereitet. Wir machen heute auch ein sehr kurzes Video, gehen wirklich im Schnelldurchlauf die wichtigsten Charts durch, gehen nur auf die wichtigen Levels ein und natürlich gibt es dann morgen, wenn wir die Preis-Action auf dem Schirm haben, die wir heute Abend sehen, dann ein ausführliches Analyse-Video. Heute nur die wichtigsten Levels und habt das auf dem Zettel. Die erste Bewegung, die wir potenziell sehen mit der Zinsentscheidung und dem FOMC-Statement, muss nicht die endgültige Bewegung sein der Märkte. Jerome Paul kann natürlich hier das Zünglein an der Waage sein zu einen oder in die andere Richtung. Einige sprechen schon davon, dass das heute wirklich die letzte Gelegenheit ist für ihn, die Märkte potenziell nochmal einzufangen, bevor wir dann wirklich möglicherweise in Richtung Allzeithochs marschieren, wenn Jerome Paul die Märkte heute Abend laufen lassen sollte. Morgen gibt es dann um 14.15 Uhr auch wichtig die Zinsentscheidung der EZB und um 14.30 Uhr noch die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das muss man genau beobachten, wie sich die Dynamik dann eben morgen fortsetzt. Heute möglicherweise dann ausgelöst von der Fettsitzung und wie wir dann eben in den morgigen Handelstag reingehen. Und am Freitag haben wir neben dem großen Verfall, über den wir morgen auch nochmal sprechen werden im Video, auch noch die wichtigen Einkaufsmanager-Indizes in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, in den Vereinigten Staaten um 15.45 Uhr, jeweils in Deutschland und in den Vereinigten Staaten im verarbeitenden Gewerbe und von den Dienstleistern. Und damit kommen wir zur Chartanalyse und die beginnen wir direkt beim Bitcoin heute. Wir sind jetzt von der Downside gerade am 38er Fibonacci angekommen, haben jetzt mit der letzten vier Stunden Kerze ein Plus gesehen von drei Prozent. Allerdings muss man dazu sagen, der Impuls war zuletzt hier die Downside. Es geht jetzt hier wackelig nach oben. Es kann hier eine große Akkumulation wieder gewesen sein, bevor wir durchziehen. Allerdings brauchen wir dann Kurse beim Bitcoin von ganz klar über 42.500 und vor allen Dingen müssen wir die 43.000 hier rausnehmen. Dann kann es das hier schon wieder gewesen sein mit Korrektur. Wenn wir nochmal runterkommen, können wir jederzeit auch nochmal diese Levels antesten, auch die 20-Tage-Lie noch mal antesten. Nur wenn wir drunter brechen, vor allen Dingen unter 40.500 und die Fettsitzung kann definitiv hier auch wohl reinbringen. Impuls, Korrektiv, potenzieller Impuls. Erster Support wäre dann die Herzlinie in dem Trendkanal bei etwa 39.800 bis 40.000 US-Dollar und der Support im Trendkanal, das wäre dann nochmal ein Bitcoin bei etwa 39.000 US-Dollar. Drunter, muss ich aber dazu sagen, haben wir gestern schon darüber gesprochen, möchte ich ihn hier eher dann nicht mehr sehen. Und ein Chart, den Jerome Powell heute natürlich auch in der Hand hat, ist ganz klar der Chart des US-Dollar-Index und das sieht man hier auch. Der ist hier wie festgetackert jetzt in dieser Range. Der Markt traut sich nicht zu fallen, wieder unter die 200-Tage-Linie, also er lässt hier potenziell diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation noch intakt, wobei das langsam aber sicher schon wirklich lange dauert mit der rechten Schulter vor dem Breakout. Aber man muss sich ganz klar vor Augen führen, macht der Jerome Powell dem Markt heute nochmal definitiv glaubhaft. Higher for Longer und möglicherweise sogar im Bedarf nochmal eine Zinsanhebung und der Markt glaubt das. Da muss man davon rechnen, dass sich eben diese potenzielle Gegenbewegung beim Dollar ausspielt. Wichtig dafür ist, aus diesen lokalen Tops muss der Dixie ausbrechen. Packt euch mal die ersten Preissalame hier im Bereich von 104,3. Dann wisst ihr, okay, wir greifen hier wieder die lokalen Hochs an und wo wir dann wirklich die bullische Gegenbewegung aktivieren, ist wenn der Dollar hier ganz klar dann über 104,5 ausbricht. Dann schauen wir uns hier noch diesen ehemaligen Support an, der kann hier zum Widerstand werden bei 104,8 bis 104,9 und die übergeordnete Zielzone wäre dann hier das 61er Fibonacci bei etwas über 105 und da hatte der Dollar dann im Extremfall hier aktuell bis zu knapp 2% Aufwärtspotenzial muss aber und das muss man wirklich dazu sagen, hier ganz klar aus diesen wichtigen Widerständen raus. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, das ist der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und eine Entwicklung, die ich heute sehr spannend finde, ist, dass die Zinsen am Rentenmarkt im Abwärtstrend sind, möglicherweise hier sogar ein kleines Butterfly-Pattern jetzt im Chart, hier ein 78er Fibonacci auf der B, jetzt hier auch der Aufwärtstrend gebrochen, das Target wäre dann hier unten im Bereich von etwa 127er Extension, das wäre hier bei 4,0 bis 4,06% übergeordnet, muss man dazu sagen. Wenn jetzt hier nochmal der Abwärtstrend greifen sollte, dann ist die Zielzone und über die sprechen wir ja auch schon seit einigen Wochen jetzt hier im Bereich der 200-Tage-Linie zu sehen, im Bereich um und bei im großen Bild 4%. Das ist dann aber absolut wichtiger Support und ein potenziell eben extrem wichtiges Level auch für den Markt. Weiterhin gilt aber, und das ist durchaus interessant jetzt im Vorfeld der FED-Sitzung, der Anleihenmarkt hat nicht besonders viel Angst, muss man sagen, vor der FED, weil hier die Zinsen aktuell ganz klar eher am Fallen sind und respektieren wir einfach weiter diesen Abwärtstrend. Und damit schwenken wir direkt rüber zu den Aktienmärkten und kommen zuerst zum Thema Volatilität und hier wurde gestern eine Kurslücke geschlossen aus dem Jahr 2020 und wir sehen direkt eine Reaktion beim Wix. Er hat hier das Level abgeholt von 11,8, hat mal kurz neue Multi-Jahres-Tiefs gemacht, hat hier eben diese Kurslücke geschlossen und versucht jetzt hier anzusteigen. Wir sehen jetzt, was zuvor Support war, hier der Bereich von 12,5, kann jetzt hier zum Widerstand werden. Beobachte das bitte ganz genau, das wird ein sehr, sehr wichtiger Chart sein. Wenn sich der Wix hier aufschaukeln sollte, wenn hier Volatilität reinkommt in den Aktienmarkt, dann stehen wir sehr, sehr hoch bei den Indizes und dann kann das durchaus eine kleine Korrektur triggern. Dann Preissalarme beim Wix, sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach im Bereich von über 13 vor allen Dingen, weil wir dann aus der 20-Tage-Linie ausbrechen würden und das wäre eine Entwicklung, die wir zuletzt gesehen haben im Ende Oktober 2023 eben am Bereich, wo die Märkte hier tief gefunden haben vor dieser massiven Rallye. Der 20-Tage-Schnitt ist uns jetzt hier hinterhergelaufen, hat hier immer als Widerstand funktioniert. Da, wenn wir ausbrechen, wäre das durchaus der Beginn einer möglichen signifikanten Aufwärtsbewegung beim Wix richtig spannend, wird es werden über 13,5. Da müssen wir sogar damit rechnen, dass der Wix nochmal ansteigen kann hier in Richtung 200-Tage-Linie. Damit kommen wir zum S&P 500 und hier braucht ihr definitiv heute Preissalarme im Bereich um 4.640. Das ist dieses wichtige Level aus dem März 2022, das Top der allerersten Bärenmarkt-Rallye und das ist ein Level, was wir ja gestern mit den Inflationsdaten hier getestet hatten, wo wir dann ausgebrochen sind mit der 4-Stunden-Kerze um 20 Uhr und jetzt sind wir hier drüber und der Markt weiß jetzt nicht so richtig, was er mit diesem Breakout anfangen soll. Ziel wäre prinzipiell das 88er Fibonacci hier bei 4.668 Punkte. Seit dem Allzeithoch des 88er Fibonacci extrem wichtiges Level. Wenn wir hier ausbrechen sollten, wenn Jerome Powell sozusagen die Märkte heute laufen lässt und wir gehen hier durch, dann marschieren wir in Richtung Allzeithochs beim S&P 500 und packt euch aber hier Preissalarme. Wenn das ein kleiner Fakeout war über die 4.640, dann ist der erste denkbare Support potenziell die 20er-Linie im 4-Stunden-Schatz. Wobei wir hier zuletzt sehen, wenn es hier volatil wird, dann gehen wir auch gerne seitwärts um den 20er-Schnitt und der erste echte und richtige Support wäre dann einmal der Bereich um 4.606 und der Support, der hier halten sollte, meiner Meinung nach, wäre der Backtest der 20-Tage-Linie und das wäre dann hier ein Backtest auch von dem Aufwärtstrend, der hier seit Mitte Juni den Markt so nach oben schraubt. Wenn wir das bekommen würden, vor allen Dingen, wenn wir unter die 20-Tage-Linie fallen und wir bekommen hier den Bruch unter diesen lokalen Aufwärtstrend und testen dann potenziell die 20-Tage-Linie von unten als Widerstand, dann müssen wir uns mit einer Korrektur auseinandersetzen. In Richtung 50-Tage-Linie, die aktuell bei knapp über 4.400 Punkte läuft. Preisalarme unter 4.640, Preisalarme bei 4.600, das ist hier eine Zone, die kann er volatil halten. Wenn es drunter geht, kommt es hier mal zum Backtest der 20-Tage-Linie und diese Bewegung, die wäre für den Markt in der aktuellen Situation eher kritisch. Wir kommen zum Nasdaq 100 und hier erinnert euch mal an die Videos der letzten Tage. Da haben wir darüber gesprochen, Kursziel, Top von unserem Trendkanal, Kursziel im Bereich 16.450, heutiges Tageshoch 16.440 Punkte beim Nasdaq 100 und zwar hier genau am Top von dem Trendkanal jetzt für den Moment. Wir sehen aktuell auch eine Preisex, ich nehme jetzt hier mal das Fibonacci raus, dann wird es übersichtlicher und zeichnen uns hier vom Support einen Aufwärtstrend an und wir sehen, der ist aktuell noch herrlich respektiert, der ist aktuell auch noch intakt und deswegen setzt euch beim Nasdaq Preisalarme, der darf jetzt hier ein bisschen runterkommen, aber unter 16.300 bricht uns dieser ganz kurzfristige Aufwärtstrend und dann wird es hier mindestens mal ein Backtest der 16.166, wenn es hier eine Korrektur in Anführungsstrichen wird, dann können wir jederzeit auch nochmal den Support hier antesten. Das ist ein sehr schöner Trendkanal. Wir hatten den zuletzt nur mit der Herzlinie, Fake Down drunter. Mir ist aber dann gestern aufgefallen, dass hier auch vor allen Dingen die untere Trendlinie sehr, sehr schön respektiert ist. Zuerst Widerstand wurde dann zum Support und hier auch vor allen Dingen zuletzt in dieser kleinen Korrekturnummer Support. Wenn wir da runterlaufen sollten und hier ein weiteres Mal uns Support abholen, dann sehen wir den Nasdaq bei 15.930. Darunter wollen wir den Nasdaq nicht mehr sehen. Ansonsten Backtest 50-Tage-Linie und dann sehen wir sogar Korrekturen im Bereich um 15.450 Punkte für denkbar. Bullish wäre natürlich ein Fortsetzen von diesem Aufwärtstrend. Bullish wäre natürlich ein Breakout aus diesem Trendkanal. Allzeithoch ist die Zone zwischen 16.666 und 16.777 und das wären vom aktuellen Niveau, müsst ihr auch mal vorstellen, der Nasdaq aktuell noch knapp 2,5% unter Allzeithoch. Wir kommen zum Dow Jones und der festigt sich hier aktuell über den 36.500 Punkten. Das sind hier in etwa die 4.640 Punkte beim S&P 500. Das ist hier das erste Level, auf was ihr achten müsst. Vor allen Dingen auch zusammen hier mit dem ganz kurzfristigen Aufwärtstrend ist das durchaus signifikant. Wenn wir da drunter brechen sollten, dann kommt es hier zum Backtest der 36.266. Was hier Widerstand war mit diesem Triple Top, kann dann natürlich zum Support werden. Dann ist auch dieser kurzfristige Aufwärtstrend eher irrelevant. Wichtig wäre danach, dass wir wieder über 36.500 kommen. Dann kann er marschieren in Richtung Allzeithochs, die bei knapp 37.000 Punkten sind beim Dow Jones. Kann er natürlich auch direkt von hier abholen, wenn dieser Aufwärtstrend hier intakt bleibt. Habt nur die 36.970 auf dem Schirm Allzeithochs beim Dow Jones. Und wie gesagt, wenn wir unter die 36.266 fallen sollten, wenn das jetzt hier ein kleiner Fakeout war über das Level, dann kommt es hier mindestens zum Backtest der 20-Tage-Linie. Und das wäre dann hier diese Zone zwischen 35.680 und etwa 35.870. Da hätte der Dow Jones dann auf die 20-Tage-Linie aktuell etwa 2,2%. Downside auch super spannend hier, definitiv. Habt Preisalarmesitzen unter 36.536.400. Und schaut euch dann die Zone an, um 36.260. Wir kommen zum Russell 2000. Und hier muss man jetzt sagen, dem geht hier lokal so ein bisschen die Luft aus im Bereich um 1880 bis 1890 Punkte. Es war aber auch eine gewaltige Rallye von hier, die sich übergeordnet, steigende Hochs und steigende Tiefs abgeholt hat. Wir haben jetzt hier mal die lokalen Tiefs im Chart und zwar einmal 1860, 1850. Aber natürlich müssen wir uns hier auch noch dieses Tief mit reinnehmen und zwar das Tief von Anfang Dezember. Das sind 1840 Punkte. Im Prinzip kann er hier in diese gesamte Zone erstmal zurücksetzen. Das wäre kurzfristig sehr, sehr bullisch. Könnte sich aber auch hier diese Tops als Support abholen. Das wäre kein Problem, weil wir hier gerade zuletzt das höchste Hoch der Rallye gesehen haben. Unter der 20-Tage-Linie. Da müsste man langsam aber sicher sich dann anschauen, wie geht es weiter. Da war das hier möglicherweise dann eine linke Schulterkopf. Kommen wir dann hier in so eine Art Schulterkopf-Schulterpattern rein. Das macht da gern der Russell 2000 in Topnähe. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also für den Russell 2000, für die Small-Caps-Fahrplan, die natürlich sehr, sehr anfällig sind für möglicherweise hawkische Aussagen. Heute Abend von Jerome Powell. Unter 1850 wird es ein bisschen ungemütlich. Unter 1840, da testen wir die 20-Tage-Linie. Und da möchte ich ihn grundsätzlich nicht mehr drunter sehen. Wenn das hier ein bullischer Trend wird, dann kann er sich das hier abholen. Müsste dann hier wieder Stärke zeigen. Und natürlich geht es dann im großen Bild darum. Und wir müssen hier aus den 1900 Punkten ausbrechen. Dann Target 52 Wochen hoch sind im Bereich der 2000 Punkte. Und sobald wir hier jetzt anfangen, deutlich schwächer zu werden und dann vor allen Dingen, wenn wir dann anfangen, hier tiefere Hochs auszubauen, dann baut er hier möglicherweise wieder im größeren Bild an einer Schulterkopf-Schulterformation. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und der hat sich heute kein neues Allzeithoch abgeholt. Hier hatten wir mit der 4-Stunden-Kerze um 8 Uhr morgens ein Hoch von 16.836. Gestern in der Nacht gab es ein Hoch von 16.852. Also hier heute ganz knapp an Allzeithochs vorbei. Auch bricht er uns jetzt hier für den Moment den 20er-Schnitt im 4-Stunden-Chart. Das ist jetzt ein klitzekleines Warnsignal, allerdings noch kein Beinbruch. Das haben wir hier zuletzt auch gesehen, Ende November. Da gab es dann eben genau die Preis-Action, die wir jetzt beobachten müssen. Einen Dip in Richtung des Aufwärtstrends und das war dann der Trigger für mehr Aufwärtspotenzial. Einen Dip in Richtung Aufwärtstrend und das ist dann der Trigger für mehr Aufwärtspotenzial in die Zielzone. Das wird jetzt die große Frage sein. Der DAX kann hier alles machen. Der kann hier auch definitiv diese Levels nochmal backtesten. Das wäre in etwa 16.600 Punkte. Unter 16.600 Punkte, vor allen Dingen, wenn wir das hier bekommen sollten, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt ein schärferer Dip, der danach hier scheitern sollte an den 16.700. Das könnte dann der Trigger sein für eine Korrektur. Potenziell sogar dann im ganz großen Bild mal wieder in Richtung 200. Tagelinie ist aber definitiv zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht Fakt. Fakt ist, dass wir aktuell sogar dieses Zwischenhoch hier versuchen zu halten. Dass wir ihn aktuell noch nicht unter 16.700 sehen. Da muss dann erster Preissalarm sitzen. 16.700. Der nächste Preissalarm muss kommen bei 16.650 und habt diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm. Der sollte hier halten. Das ist der Aufwärtstrend seit den Tiefs im Oktober. Und die Zielzone, wie gesagt, bei 17.100, aber nur kurzfristig erreichbar, wenn hier dieser Aufwärtstrend in Takt bleibt. Wir kommen zum Hang Seng Index und der ist heute wieder etwas schwächer unterwegs. Wir schauen ihn uns heute aber mal im etwas größeren Bild an. Die Preissection heute ist relativ irrelevant. Wir sind nach wie vor im Bereich von 16.140 Punkten hier unterwegs. Wenn das der Boden ist, dann muss das der Boden sein. Das ist das Tief von 2011. Dann brauchen wir von hier Stärke. Können uns nochmal backtesten. Und dann müssen wir direkt hier aus dem roten Abwärtstrend ausbrechen. Es geht mir aber hier um den roten Abwärtstrend. Und den machen wir uns jetzt hier für die Zukunft sehr, sehr fett in den Charter. Das ist der große Abwärtstrend vom Bärenmarkt im Hang Seng Index. Und wer schon länger auf dem Kanal dabei ist, der weiß, was ein Dragon Setup ist. Ein Doppelboden im Abwärtstrend. Erstes Tief 2022, der Adam, ein spitzer Boden. Der zweite Boden, die Eva, eher rund. Das wäre ein Adam und Eva Doppelboden Setup im gewaltigen Abwärtstrend. Ein Dragon Setup beim Hang Seng Index. Und auf diesen Maximum Payne müssen wir uns jetzt einfach mal in den nächsten Wochen so ein bisschen einstellen. Das würde bedeuten, von der Zeit her vom Abwärtstrend, dass wir noch bis Mitte 2024 hier mit Volatilität rechnen müssen. Wovon ich aber ausgehe und was wir auch wissen, was uns der Hang Seng Index in der Vergangenheit, wir haben zuletzt darüber gesprochen, immer wieder gezeigt haben, wenn dann mal der Boden drin ist. Und vor allen Dingen, wenn dann der Breakout gelingt aus Abwärtstrends, dann haben wir brachiale Rallys. Und wenn wir hier einen Doppelboden bekommen, wäre das Ziel im Bereich zu sehen vom 88er Fibonacci. Das wäre so typisch für China, dass man hier jetzt nochmal alles abschüttelt, nur dass der Index dann in eine Rallye geht von bis zu 90%. Keine konkrete Analyse für heute, eher etwas, um uns für die Zukunft einzustimmen. Wir müssen möglicherweise noch ein bisschen Schmerz in Kauf nehmen am chinesischen Aktienmarkt. Aber die Aussage ist völlig klar, solange die Tiefs halten aus 2022, solange die im großen Bild, muss man sagen, 15.000 Punkte halten, arbeitet der Hang Seng Index hier potenziell an einem brutal, man kann es nicht anders sagen, brutal bullischen Setup. Und passend dazu, ist kein Scherz, ist im Jahr 2024 in China auch das Jahr des Drachen und es bringt Wachstum, Erfolg, Fröhlichkeit und Überfluss für jeden. Wie gesagt, haben wir das einfach mal auf dem Schirm, solange die Tiefs aus dem Jahr 2022 halten, baut der Hang Seng Index hier potenziell an einem bullischen Setup. Und damit kommen wir zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Can Hobby Growth und hier gab es heute ein Minus von 25%, nachdem man bekannt gegeben hat, dass es einen 10 zu 1 Aktien Reverse Split geben wird. Ihr müsst auch darauf vorbereitet sein, dass die Aktie ab 15. Dezember bis 20. Dezember anscheinend nicht handelbar sein wird. Auch das war Teil der Meldung, bis eben dieser Reverse Split ausgeführt ist. Und eines muss man auch dazu sagen, zeige ich euch auch gleich, wie das aussieht. Möglicherweise habt ihr auch schon eine Aktie im Depot bei Trade Republic. Letztens ist es passiert bei WeWork und bei Ebeth, zwei absolute Stonks, keine Frage. Aber es gab zuletzt Aktien, die nach einem Inverse Split nicht mehr handelbar waren über Trade Republic. Falls ihr bei Trade Republic seid, habt es mal auf dem Schirm. Möglicherweise könnte bei Canopy Growth etwas ähnliches passieren, dass man die Aktie dann, ich zeige euch gleich, wie das aussieht, die wird dann ausgebucht und steht unter allen Aktien mit dem Ticker US und einige Zahlen, aber dann keine Kursentwicklung mehr, weil sie dann eben bei Lang und Schwarz entsprechend vorübergehend heißt es zuerst nicht mehr handelbar ist. Das ist durchaus kritische Meldungen für Canopy Growth. Wenn euch das nicht betrifft und ihr die Aktie ohnehin handeln könnt, weil ihr bei Interactive Brokers seid oder Cap Trader oder bei einem Broker, wo ihr vor allen Dingen auch an den Heimatbörsen agieren könnt, da kann man sich hier definitiv die Chart-Technik anschauen. Wir sehen hier, dass Canopy Growth hier nach wie vor keine neuen Verlaufstiefs macht, trotz diesem Crash heute um 25 Prozent. Wenn wir uns hier vom Tief, was wir gesehen haben, im Juli vom Allzeit-Tief das Ganze mal abmessen, dann sehen wir, dass wir genau jetzt auf dem 88er Fibonacci sitzen zu den Allzeit-Tiefs. Das ist hier auch dieser Bereich, der zuletzt gehalten hat. Das ist eine wilde Aktie. Du musst dir definitiv hier auch zugestehen, dass sie nochmal runterkommt. Hier, dass sich das Ganze nochmal fischt. Möglicherweise diese Stops hier zieht. Ist auch sehr horizontaler Support. Ein kleiner Wig drunter wäre auch potenziell dann Teil von der Akkumulationsbewegung. Aber weiterhin gilt natürlich jetzt gerade natürlich im Hinblick von dem Inverse-Split. Wir wollen keine neue Tiefs sehen bei Canopy Growth, sonst kann die Aktie auch übergeordnet komplett zum Sterben gehen. Sehr, sehr unprofitabel. Auch das Unternehmen muss man ganz klar dazu sagen. Cannabis generell sollte nur ein kleiner Teil im Depot sein. Macht Spaß nach oben, ist aber auch extrem volatil und gefährlich nach unten. Völlig klar. Aktuell halten hier noch wichtige Levels Downside in etwa. Jetzt gab es gerade einen kleinen Down-Tick. Downside in etwa noch 8 Prozent. Dann halten hier wirklich diese lokalen Tiefs etwa 20 Prozent bis 25 Prozent Downside auf die Allzeittiefs bei Canopy Growth. Wir können gerne dranbleiben in den nächsten Tagen. Ich bin auch wirklich, muss ich wirklich dazu sagen, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wichtig ist aber, dass die Aktie interessant bleibt. Da muss sie definitiv diesen Support halten und keine neuen Allzeittiefs machen. Und so sieht es dann im Depot bei Trade Republic aus. Du bekommst die Aktie unter den Aktien, unter sonstige mit dem US-Ticker, allerdings keine Kurse mehr. Du kannst sie natürlich übertragen lassen zu anderen Depots, keine Frage. Kannst sie nur dann vorübergehend eben in der Regel, wenn Unterlagen fehlen im Rahmen vom Inverse Split über Lang und Schwarzer, also über Trade Republic eben vorübergehend nicht mehr handeln. Für mehr Aktienanalysen und Trade Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Damit kommen wir zu NIO, die Aktie heute mit einem Minus von 2,1% und jetzt muss man wirklich sagen, wir sitzen hier auf dem Support, um den es geht. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass der Hang Seng Index möglicherweise noch einige Wochen, möglicherweise sogar Monate Volatilität vor sich haben könnte, muss man damit rechnen, dass die 7 US-Dollar bei NIO dann potenziell nicht halten. Deswegen werde ich hier auch klar, vor allem wenn wir dann Tagesschlusskurse drunter bekommen, vor allem wenn wir das Level nochmal backtesten sollten, wenn wir diese Bewegung bekommen, die Reißleine ziehen, weil die Zielzone für NIO dann eben erst beginnt im Bereich von knapp unter 5 US-Dollar. Das wären dann eben von hier nochmal etwa, ja wir hatten gestern auch in der Aktienanalyse oder vor einigen Tagen darüber gesprochen, 33%, wenn wir tiefer eintauchen, gerade prozentual nochmal etwas mehr. Weiterhin gilt, über 7 US-Dollar, kleiner Stop-Loss-Hand drunter natürlich eingeschlossen. Das kann man hier definitiv nicht ausschließen, dass sie hier nochmal richtig auf die Jagd nach Stops geht, hier wirklich auch die Tiefs nochmal zieht vom März, 23%, nur um das Level dann zu halten. Über 7 US-Dollar, NIO potenziell brutal bullish, keine Frage, wenn wir hier nochmal ausbrechen, vor allem über 8 US-Dollar, deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Zielzone im Bereich zwischen 10 und 12,50 Dollar. Seid euch aber auch im Klaren, dass wenn hier diese gesamten Stops fliegen aus 2023 und jetzt eben hier auch noch von der aktuellen Preis-Action vor allen Dingen und wir bekommen dann hier den Backtest, dass die Aktie dann in Richtung 5 US-Dollar potenziell auch deutlich drunter abverkauft werden kann. Wir kommen zu PayPal, heute unverändert vom Kurs. Preis-Action zeigt uns allerdings durchaus einen weiteren Tag. Widerstand an der 100-Tage-Linie, an die 60 US-Dollar, also ans 38er. Fibonacci seit den August-Tops schaffen wir es mittlerweile schon gar nicht mehr ran. Wir sehen auch, dass wir im Rahmen der Rallye, das sind einfach Fakten, über die wir hier reden müssen, eine bärische Divergenz aufgebaut haben. Es wird hier immer weniger Momentum bei PayPal und vor allen Dingen fahren wir uns hier an der 100-Tage-Linie fest. Es braucht hier einen bullischen Impuls, vor allen Dingen Kurse über 60 US-Dollar. Ich bleibe dabei, der Breakout hier, der wäre dann vermutlich auch der Breakout auf übergeordnet neue Hochs. Vor allen Dingen auch, dass wir dann dieses Top rausnehmen aus dem September und vor allen Dingen eben auch die gute Chance sind, dann die 200-Tage-Linie rauszunehmen. Wir haben oben dann eine Kurslücke, da wäre das Target dann sogar im Bereich 70 bis 74 US-Dollar. Aber nehmt bitte diese kleinen Warnsignale wahr. Seht hier, dass sich die Aktie an der 100-Tage-Linie festfährt. Das ist hier eindeutiger Widerstand. Seht aber auch, dass wir von unten diesen Aufwärtstrend bekommen, der eben jetzt hier den dritten Tag in Folge, der ist hier in Gefahr. Keine Frage, jetzt heute wieder der Versuch der Bullen, die Aktie nach oben zu schieben. Ich bin hier vorsichtig, muss ich ganz klar dazu sagen. 57 US-Dollar und 50 Cent, 20-Tage-Linie, tiefstens 50-Tage-Linie. Das ist hier für mich die Make-or-Break-Zone. Wobei man hier dann wirklich sagen muss, dieser Aufwärtstrend von den Tiefs, der wurde halt wirklich sehr, sehr gut respektiert bislang. Vor allen Dingen auch hier zuletzt jetzt aktuell gut respektiert. Der Bruch drunter wäre kritisch. Und PayPal hat es uns gezeigt, wenn wir nach einer gewissen Rallye getragen von der 20-Tage-Linie drunter brechen unter die 20-Tage-Linie, dann kann es schnell gehen. Drunter brechen unter die 20-Tage-Linie, dann kann es schnell gehen. Das ist eben die große Frage. MACD aktuell noch nicht auf einem Verkaufssignal. Aber auch hier kreuzen sich die Signalien potenziell bei etwas mehr Schwäche. Und haben wir es zuletzt gesehen, kann dann durchaus zu einem Washout führen. Und bei PayPal noch, muss man sagen, ist hier das horizontale Level. Und das ist mir in erster Linie immer wichtig. Nicht gebrochen. 20-Tage-Linie auch noch intakt. Über 57 US-Dollar und 50 Cent auch noch in Ordnung. Wichtig ist aber, brich hier endlich aus, aus den 60 US-Dollarn. Dann hat sie mehr Upside. Ansonsten, wenn wir uns hier ein weiteres, tieferes Hoch einfangen und wirklich korrigieren, dann müsste man potenziell im großen Bild nochmal mit 9 Tiefs rechnen. Dann würde ich mindestens aber mit einem Backtest rechnen, hier von dem Level von etwa 52,60. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze. Und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.